Neue Steckdosenbefruchter Pinguishpibirbringer Moment Wir mussten zurückgehen Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ja genau Wir mussten zurückgehen weil wir ja das ganze Rätsel gelöst hatten noch in der letzten Folge und äh da hab ich dann geschafft beim nächsten Mal gehen wir ganz zurück und schauen was passiert ist und bla bla Pup Pup Puuu Pau Pau Na wir hatten die Luft gefallende Wie hatte die Luft gefallende Krieg sind nochmals zu sehen Das ist geil ne Das ist geil ne Du gefilte du schlampen Ok Ach ja stimmt Her war ja das mit dem Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Wenn der hochklettert So was ist schön Oh ja Geil Genau und jetzt sind wir wieder im Garten Booyah Oh Wartet mal Ja Ich wäre wahrscheinlich sowas von auf die Fresse geflogen So bin ich auch voll auf die Fresse geflogen Verdammt Danke Okay Nochmal zurück Nochmal zurück Und hier bitte einmal runter lassen Geht das? Ja Danke Und jetzt hier fallen lassen Das war mit 10 Heiter Habt ihr nicht gesehen? Das war doch Geil Verdammt Scheiße Ihr Viecher Hab doch eh keinen Schatz So so Nerfigen Viecher sind wie Lüsch Ach halt Aktionstaste drücken Ha Okay Was passiert jetzt wenn ich den drehen? Nichts Oh ja Oh Kampfmusik? Warum? Ah ich kann das Wasser drehen Ich verstehe 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 Ja ja Genau Ich kann das Wasser drehen Und die Was ich bin schon fertig? Ah ne ich hab den ersten Wasserstrom richtig gemacht Der zweite muss genauso handeln Und dann geht die Tür an Genau So ist das richtig Der Strom muss in die Richtung 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 Warte Den muss ich hier rüber Noch ein Ja so ist es richtig Und den muss ich da rüber Ja dann sind wir hier schon fertig So Das halten wir Bingo Bongo Oh Sexy Oh ja Geil Weiter geht's Jetzt muss ich durch die Mette Die geile Mette Oh ja Roll dich Oh ja Das ist geil Schaut ich die Rolle an Das möchte ich auch können Wenn ich das könnte dann wäre ich Gott Ich schwör ich wer könnte Kein Pingu Gott Ha ja Ha ja Ha ja Oh nein Nein Fui Böse Rauben Das wie mit den Fledermäusen Nein Böse Rauben Das wie mit den Fledermäusen Die wollen euch runterhauen und dann sterbt ihr Das ist voll Unfair Ah hier kann ich wieder Zeit umdrehen Verstehe Erstmal Nein Erst Zeit drehen Dann safe Okay Falsch Falsch Es ist wieder so wie vorher Falsch Nein es ist diesmal anders Verdammene Kacke Bist du Nein Okay Du Okay Und dann Du Halt Jawoll Und jetzt Du Jawoll Und Wir haben es geschafft Oh ja Geil Schnell lass uns häuseln in die Vision Auf in die Gegenwart Ich find scheiße dass da der Ton fehlt Ich hab ein bisschen blöd gemacht weil ich mein ich kauf die Spiele nicht umsonst damit dann der Ton nicht stimmt Ja den Hauch des Schicksals mit dieser Macht könnt ihr erneut irgendwas keine Ahnung Ich hab's mir nächstes mal durchlesen Das doch Aber jetzt trink ich mal ein Stock Ja ich möchte Ja 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 Dat Ist Oh HAIJAH SPATANAH Slow Wabadoo Shabalabadoo Waschisch 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 Oh Entschuldigung Neue Waffe Oh Ja das sieht sehr ramponiert aus Nicht mehr so schick wie in der Zukunft. Äh, Gegenwart. Das ist ja die Zukunft, stimmt ja. Aber, ich muss sagen, mir gefallen Ruinen immer noch besser als keine Ruinen. Das ist kein Gegner für mich. Was? Bist du aus dem Maul? Und tschüss, wer ist dir kein Gegner für mich? Wer ist hier kein Gegner für wen, bitte? Ja, da hast du mal gesehen, wer hier kein Gegner für wen ist. Tschüss. Ihr seid keine Gegner für mich, so heißt es. Digga, ihr habt doch keine Ahnung, von was ihr labert. Oh, der Garten sieht geil aus. Ha ja. Ha ja. Ihr seid definitiv keine Gegner für mich. Tschüss. Neue Waffe. Eisch. Ha ja. Oh, was nun? Oh, hier ist es kaputt gegangen. Okay, äh, oh, lol. Was willst du denn? Ah, wab, ba, du, wab, ba, du, wub, ba, ja, warte. Oh, ich habe meine Waffe verloren. Ha ja, voll gegen die Wand. Geil. 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 Oh, pfff. Danke für das Schwert. Hier ist ein Schalter. Oder? Nö. Okay. Muss ich jetzt wieder da raus? Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist sogar vielleicht so, dass ich da rauf muss. Wer weiß? Wer weiß? Ja, ich muss da rauf. Wie sind wir denn letztes Mal da rauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Oh, hier strömt das Wasser nur so kacke. Ah, das sieht doch nach einem Weg aus. Würde ich mal behaupten. Ich hätte gern mal mich... Ja, geil. So. Hast du... Ah ja, ich... 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 Glaube ich. Oder auch nicht. Hä? Hä? Okay, ich trinke erst mal da rauf ein. Vor Verwirrtheit. Okay, äh, was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Was könnte ich tun? Mir einen runterholen. Das wäre vielleicht so mal nach einem... Ah, ich weiß, wie ich letztens hochgekommen bin, aber dafür hätte ich die Leiter gebraucht. Da bin ich von hier aus doch raufgegangen mit den Leitern. Ich erinnere mich. Klar ist Leiter. Da ist auch mal eine Plattform. Mal umgucken. Irgendwo muss man hier raufkommen. Hä? 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 Loll! Okay. Kann man an den Aster... Ne. Ist weit weg. Ich bin verwirrt. Aber ich kann auch nicht sehen, wo es irgendwie anfängt. Und es müsste eigentlich da drüben gehen. Ein anderer Weg würde mir gar nicht... Oder vielleicht... Ah, ja, ja, ja. Ich sehe es schon. Jetzt, jetzt, jetzt kommt mir der Sache näher. Jetzt kommt mir der Sache definitiv. Ja. Nein, du sollst da rauf. Dicker, da ist er nochmal abgesprungen. So, jetzt darfst du springen. Genau, jetzt kommt mir der Sache näher. Nochmal. Jep. Das sind die Bäume. Okay, dann nicht. Ich muss außen rum. Und ich habe ein kratziges Gefühl in der Maus. I-git-git. Wartet mal. Ich muss mal kurz die Maus sauber machen. Ach, schau. Ja, ja, nicht runterfallen. Ach so. Alter, willst du jetzt mal da draufbleiben? Ich halte das Gleichgewicht. Und jetzt... Hoja. Endlich ist die Musik aus. Oh, zu speck. Er darf nicht durchkommen. Der fröh gefreut. Woher er auch immer kommt, ihr seid echte Zauberer. Muss man euch mal... ...den sie lassen. Tschüss. Oh. So. So. Aha, da warten sie schon. Da warten sie also schon. Dann kommt mal her. Lass dich. Das ist ein Sieg noch für mich. Loll, der ist unsichtbar. Die ist unsichtbar. Auf. Das Land. Auf. Die sind unsichtbar, Schummler. Alter. Das sind diese Tussen, nur in unsichtbarer Form. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Ach, halt die Schnauze. Alter, das ist so krass. Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Alter, ich sterbe aber gerade wegen dir. Also, halt die Schnauze. Sie ist tot. Gott sei Dank. Alter, mein Leben. Ich bin jetzt so fertig. Ich hoffe, ich hoffe, ich krieg dann... Ah ja, stimmt. Da vorne ist ja was zum Trinken. Ich erinnere mich. Oh. Oh-oh. Der Junge kann einfach das Gleichgewicht nicht halten. So. Und hier runter. Und dann darüber. Ja, halt das Gleichgewicht. Gleich das so runter. So. Runter. Und jetzt da entlang. Ja. Und das hätten wir. Fertig. Jetzt nur noch da rauf. Komm schon. Das schaffst du noch, Junge. Das schaffst du noch. Ha ja, geil. So. Wo ist der Teich? Ach ja, der war auf der ganz anderen Seite. Okay. Ja, ja. Ich erinnere mich. Oh. Hier sind ein paar Dinger kaputt gegangen. in der Zukunft. Oh. Und die... Der ganze Boden ist weg. Geil. Aber ich... Ich muss sagen, mir gefällt es mit diesen Dschungeln, diesen... Diesen Bäumen rumklettern viel besser. Also ich finde das viel witziger. Irgendwie hat das was. Es ist nicht mehr so... So wie Prince of Persia, Sand of Time. Weil da war man einfach nur strikt an irgendwelche Orte gewickelt und man hatte immer eigentlich nur dieselben Kletterwege gehabt. Aber hier hat man mal Bäume, mal Steinziegel, mal Gitter, mal... Boah, keine Ahnung. Scheißhaufen. Auf jeden Fall hat man immer was anderes. Das ist richtig cool. Und ich meine, die Grafik sieht schon der... Der wird geil aus. Mir gefällt das sehr gut, das Spiel. Bis her. Mal arbeiten. Ja, Teich. Gott sei Dank. Mein Leben ist so im Arsch. Das klingt super. Mein Leben ist so im Arsch. Ich sollte am besten aus dem Fenster springen, dass aber nur ein Millimeter weit runter geht. Dass man nicht sterben kann. Außer mal fällt so blöd mit dem Genick, dass man irgendwie... Keine Ahnung. Sterbt. Hallo. Kann man eigentlich Leute auch überraschen? Weil irgendwie werden die nicht überrascht von mir. Boah, geil. Boah, geil. Wie es ausschaut. Haia, haia. Ha. Sieht man die Tussi wieder? Wie du nervst, Tussi. Lava, keine Scheiße hier, du kleiner... Für Babylon. Für Babylon. Jetzt weißt du es, Nutte. Für Babylon. Kaputt. So. Was helfen dir? Ja, ich muss da runter. Nein, das soll es da rüber. Okay. So ist das schon besser. Döööööööööö. Hard Rock Musik ist der beste Shiiiit. Au, baby. hat er auch ach komm ich nicht einer bitte mich eigentlich verarschen war die gesetzten wir die halten zu glücklich sich viel aus wie diese Invisibletus Invisibletusen halten da schon mehr aus okay for new weapon New weapon so darauf darauf ja und du sollst hallo nicht rollen nicht rollen rollen die Kugel die Musik hat noch nicht aufgehört also kommen noch Gegner ach kommt mal im Ernst Leute das sieht doch derbsthammer aus jetzt mal im Ernst also warum hat er sich da jetzt nicht festgehalten äh geile Sicht ich habe keine ahnung warum der sich jetzt festgehalten hat hä man muss sich doch da festhalten ah ne ah ja ich weiß schon was man machen muss ja ja das sieht nur so unauffällig aus aber man muss die Wand jumpen aber das ist geile nein 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 können wir nicht Verpisst euch von mir Weil ihr Seid scheiße Aber die halten genauso wenig aus Haben die da vorne zu viel ausgehalten Okay, nein Oh, ich bin tot Weil die mich anspringen muss Digga, verpisst dich Alter, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Es ist nicht mal die eine down gegangen Okay, schnauze voll Ach komm, ich hab zugeschlagen Du blöde Schlampe, stirb doch mal Ja, klar Ach komm, ich muss euch loben Weg mich, du Nutte Ich hasse diese Tussis Ich steuere so durch mit denen Man kann nicht über sie drüber springen Man kann sie höchstens packen und den Kopf abreißen Das ist der einzigste Trick Weil wenn man mit zwei Schwerter kämpft Dann springen die auf einmal drüber Und bla Und es ist einfach nur zum Kotzen Ja Das kennen wir schon Sehr schön Ich ertrage den Blick Und tschüss Oh, und du Du gehst gleich mal sterben Auf Wiedersehen Und Kopf ab Oder fliegt Das ist mir relativ Und ich nehme jetzt keine Waffe Weil ihr so viele von den Scheiß-Tusschen kommt Das ich ausrasten könnte Ich hasse diese Schlampen Die regen mich auf Die regen einfach auf Ich halte doch rein Die regen mich so auf Und gerpscht auf Ich schwör, spielt das Spiel selber Aber ihr euch würd Ihr werdet diese Scheiß Ihr werdet mich auf eis Schlampen einfach nur hassen Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun Halt! Schlappen! Er darf nicht durchkommen! Warum gehen die nicht einfach mal stürmen? Oh, ich drehe schon nur Stürb! Nummer uno Nummer dos Nummer dos Nummer dos So geht das einfach Ich werd mir jetzt keine verdammte Waffe mehr holen Nie wieder Das riecht so auf Die Tussen sind so nervig Das ist nicht mehr aushaltbar Und jetzt kommen hier nur Tussen Das ist mein Vorteil Das ist mein Vorteil Das ist mein Vorteil Das ist mein Vorteil Und jetzt kommen hier Und jetzt kommen sie Na komm Na komm Oh no Oh no Oh no Der Schmerz ist Fick dich Fick dich Alter Oh ja Diese Lage passt zu ein Alter, du wüsstest verpasst Alter, du wüsstest verpasst Oh Oh Oh, drüber springen wollte ich gar nicht Aber danke Das ist so ein überwältigendes Gefühl Oh, halt die Schnauze Halt die Schnauze Und du hast auch die Schnauze Mann, rüben die mich aus Ja, komm her Nochmal 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 Tschüss Zweimal drüber springen Okay Gut zu wissen Du wüsst mich doch mal verarschen Nein Halt die Schnauze Die Schlappen hätten wir So Ich hätte jetzt gerne ein Wasser mal Okay Darauf Darauf Darüber Auf Da hoff Und da lang Dann darüber Dann da rüübe Dann da hoch Dann darauf Dann da rauf Dann hier convin Ja, ja. Wir müssen einmal rum. Ups. Nicht runter. Darauf. Und Sprung. Und Sprung. So. Da warten schon wieder ein paar nervige Gegner. Ich hoffe keine Tussi. Er darf nicht durchkommen. Flieg. Doch, ne Tussi. Erstmal die Tussi hier. Halt die Schnauze und stirb. Oh yeah. Und nochmal bitte. Und wenn es geht nochmal. Oder einfach runterwerfen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ob der jetzt sterbt. Bleib liegen. Ach, halt die Klappe. Tschüss. Ab nach unten. So. Der next one ist da drüben. Aber es sieht recht weit weg aus. Schaffe ich das mit dem Lauf? Ja, müsste ich schaffen. Ja. Und ein Brunnen. Gott sei Dank. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich bin Pingu. Ach. Ich drehe noch durch. So. Das schreibt mir. Blöden Fässer. Ha. Ha. Also zum Trinken. Oder muss man hier auch irgendwo weiter. Gute Frage. Nächste Frage. Also hier rauf könnte man. Ich seh es schon. Der Baumstamm, oder? Könnte das sein? Ich bin mir jetzt da nicht sicher. Ich versuch's. Hey. Es hat geklappt. Zum Denbaumstamm. Halt. Spring. Spring. Hey. Es hat ja geklappt. Ich bin überwältig. So. Jetzt bin ich erst mal wieder happy, bis die nächsten Trussen kommen. Das wahrscheinlich bald wird. Hab ich gesagt. Halt. Die. Schnauze. Blöde Schlampe. Okay. Hier könnten wir Wand aufmachen. Und das sind wir drüben. Ja. Das klingt intelligent. Folg dich vielleicht. Oh nein. Ich bin nicht gekommen, um euch zu... Geh sterben. Und halt die Klappe. Ich will da rüber. Zwar schnell. Danke. Okay. Wie hat's geschafft? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der nächste Savepoint. Ich dann wieder leid, ein Cut. Oh nein. Oh nein. Genius. Hilfe. Okay. Hier haben wir einen Savepoint. Die haben wohl damit gerechnet, dass ich feine. Tja. Ich bin kein Feiner. Ich bin ein Winner. So. Der Speicherpunkt war leider zu schnell. Ich weiß nicht, ob jetzt noch einer kommt. Ganz schnell. Mal abwarten. Ich werde mal versuchen. Wenn ich sterben sollte, dann werde ich cutten. Weil wir haben ja einen Savepoint. Aber sonst würde ich sagen... Kann man da nicht oben rauf auf? Wäre doch viel leichter. Ich bin ein Skiller. Oder wie nennt man das? The Prince of... Oh nein. Tussi und Rabenklip. Tussi zuerst. Tussi. Tussi zu... Tschüss. So. Rabenklip der nächste. So. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich werde den Tussen wahrscheinlich so oft noch begegnen, leider. Weil irgendwie handelt es mehr von Frauen als von Männern in dem Spiel. Und ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Definitiv. Seht ihr nicht mein Lächeln? Mein Grinsen im Gesicht? Seht ihr es nicht? Seht ihr es nicht? Ah. Seht ihr nicht dieses Lächeln, dieses Grinsen an meinem scheiß kackten Gesicht? Habt ihr das nicht gesehen? Wie ich mich freue? So welche scheiß Schlunken an meiner Seite zu haben? Seht ihr das nicht, ja? Seht ihr nicht, wie ich mich gerade freue, dieses kleine Drecksding zu töten? Habt ihr es nicht, weil ich... Scheißschlunken an meiner Seite zu haben? Der Ort ist richtig, doch die Zeit ist falsch. Ich muss in die Vergangenheit zurück und diesen Turm in Gang setzen. Geil. Oh nein. Okay. Wer ist eigentlich der Raumtyp, meine Damen und Herren? Ich kenne ihn nicht. Oh ja. Okay. Das war ja nicht schwer zu erraten, dass das so geht. Okay. Hier könnte ich vielleicht dann den Bullen... ...wenn die Sicht nicht so bescheuert werden. Jetzt. Okay. Und darüber. Und darüber. Nein! Ich werde einfach nicht mehr irgendwo hinlenken, wenn ich sowas springe. Höh! What? Muss ich da... Ah ja, ich muss da rum. Gott sei Dank. Aber ich hab bald keine Rückspulung mehr. Muss ich erst mal wieder welche töten oder Sandkisten aufschlagen? Ah, haha, wenn man schon vom Teufel redet. Tschüss. Nummer Uno. Nummer... Nummer... Schmerz ist... Schön in die Fässer rein. Ah ja, geil. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, schöne zwei Hälften geteilt. So, die Fässer bitte mal. Die Fässer bitte mal. Da ist ein Sand. Oh, das hat er nicht genommen. Okay. Ah ja, okay. Ah ja, okay. What? Das ist nicht doch verarschen. Höh! Jetzt geht's! Oh, ficken. Das ist eh nur ein Secret. So ein kleines... Secret. Kann man da überhaupt irgendwas Besonderes tun? Äh... Ich würde sagen, nein. Das war rein wegen der Kiste. Wo muss ich hin? Ich bin verpeilt. Ich weiß zwar noch nicht was, aber es wird sich wahrscheinlich bald ausstellen. Vielleicht irgendwas hier... Höh? Oh. Ja. Nach oben bitte. Also, mir würde hier nichts einfallen, was ich tun könnte. Ganz im Ernst. Ich kann zur Wand laufen. Ich kann zur Wand laufen, aber das bringt mir auch nichts. Und wenn ich da rüber springe, das macht ja nichts besser. Ne. Jetzt könnte ich zwar doch auf die andere Seite springen, aber... Ja. Das macht's auch nicht weg. Das macht's nicht weg. Und schief? Das kann ja unmöglich sein. Ist ja noch weiter weg. Ne. Da will er gar nicht springen. Okay. Äh... Problem. Was muss ich tun? Ah, ich seh schon. Ich muss zurück. Das war rein ein Secret. Das war rein ein Secret. Ja, ja. Ich seh schon. Das war rein ein Secret. Hier ist nämlich ein Stock, wenn man mal guckt. Da. Guck mal. Das ist ein Stock. Ein Stock für mich. Und dann kann ich hier rauf. Ja, ja. War nur ein Secret. War nur wegen der Kiste. Okay. Hab schon kapiert. Hab schon kapiert. Hoppa. Hoppa mit Meisterpropper. Hui. Oh, hallo. Oh nein. Oh. Oh. Warte. Danke für die Hilfe. Und, äh... Warte. Warte. Oh nein. Nicht schon wieder. Scheiße, 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 scheiße. Wow. Wieder. Rüber. 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 Oh ja. Ich bin weg von ihm. Häää. Was? Ich dachte, ich wäre entkommen. Okay. Nein, du sollst du nicht... Alter, geh jetzt. Ich glaub's nicht mehr. Wenn ich jetzt von euch stand, kann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann mach ich das nächste Mal wieder. Nochmal. Nochmal. Das Ganze mach ich nicht, sorry. Ich muss die Kiste aufnehmen. Ne, okay. Okay. Ich glaub den Scheiß nicht. Okay. Nochmal derselbe Scheiß, bitte. Ja, ja. Wir kennen sie. Und sprung, und sprung. Da ist nämlich so eine Erhöhung und da kann man drüber hupfen. Aber das hab ich ja nicht zu Anfang gesehen. So. Jetzt da rüber. Darüber. Okay, wohin? Da lang. Leiter. Boah, ich muss so schnell reagieren. Ich weiß gar nicht, was ich richtig tun muss. Ich geh einfach mal einfach immer nur von aus, dass ich irgendwelche... Boah. Wandläufe machen muss. Boah. Ich hab Angst. Scheiße, der ist genau hinter mir. Ja, was ist gerade so? Ich muss helfen, Mann. Boah. Der ist genau hinter mir. Los, rennen. Boah. Greif ihn an. Sofort. Oh, 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 oh. Ja, was ist gerade so? Nein, muss helfen, Mann. Boah. Wie ist es denn jetzt da runtergesprungen? Oh, der ist da runtergehupft. Alter, dieser Golem ist nervig und schwer zugleich, weil man muss ja immer handeln und beißt nicht mal, wo man hin muss, wirklich. Man kann einfach nur raten. Man kann einfach nur raten. Ohne Scheiß. Das ist so lächerlich. Das darf ich wahrscheinlich wieder von neu. Ja. Aber ich hab eine Zeitspulung, deswegen mach ich's mir diesmal auf. Diesmal mach ich's richtig. Okay. Jetzt werd ich hier wieder rübergekickt. Danke. Okay. Einmal an die Leiter, runter, sprung, sprung, sprung. Einfach so schnell wie möglich alles machen, wenn man's weiß. Nein, wieso tust du das? Ich bin doch da rauf, Mann. Aha, jetzt hab ich das Zeitsprung versaut. Versaut, versaut ist mir egal. Was ist einfach für den Arsch gerade gewesen? So. Äh, ja. Da kommt der Fette. Alter, geh da runter. Renn. Ja, ja, ist klar. Dein Gelaufen steht eh keiner, Digger. Zumindest ich nicht. So. Hilfe! Der ist genau hinter mir. Eeeh. Eeeh. Nein, wieso springst du? Ich wollte nicht springen. Ich war nur so in Reiz. Scheiße. Ah, ich krieg gar aussteuert. Das ist so nicht normal. Das ist so behindert zu handeln und nicht zu wissen, wo man eigentlich hin muss. Und da ist ein Seil. Der Zweiseis. Ah, kacke, Mann. Das ist so schwer. Und der ist voll am Anfang daneben gesprungen mit Absicht. Das ist so voll unfair. Das war gar nicht mein Fail. Okay, nochmal. So, spring, spring. Jetzt geh bitte da rauf anständig. Danke. Und jetzt wand lauf. Jawohl. Jetzt läuft es doch richtig gut. Nein. Wieso hört der jetzt auf, wand zu laufen? Wieso hast du jetzt aufgehört, wand zu laufen? Wieso? Jetzt habe ich den Rückspül wieder versaut. Jetzt habe ich wieder nicht zum Safen. Alter. Jetzt habe ich wieder nicht zum Safen, falls ich irgendwie sterben wollte. Also, wenn ich sterben wollte jetzt, dann habe ich wirklich keinen Bock mehr. Dann lasse ich es erst mal. Ja, ich weiß. Du bist Hex, aber ich bin nicht gerade in Stimmung, Digga. Halt ihn an! Sofort! Ah, das genäute mir, 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 ah. Wattlauf. Wattlauf. Gott sei Dank. Ja, das bringt ja auch nichts, das zu zertrümmern. Ha ja. Ha ja, nein. Egal, war auch richtig. Hauptsache weg. Weg, weg, weg. Weg, wasser, wasser, safe, safe. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ha ha. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich bin euer Pingu, Rico, der... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Prinz White. Keine Ahnung. Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Was? Ich sagte 10.000. Perfekt.